Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 8. Beim Let's machen wir jetzt unser erstes Level abgeschlossen, unseren ersten Endgegner besiegt und unseren ersten Power-Up bekommen, den Mega Ball. Und ich würde sagen, wir fangen mit, ähm, dem da oben mal an. Und das ist... Frostman. Man hört das vielleicht, der Ton, der, ähm, hängt ein bisschen. Kann ich aber nicht ändern, das ist aber nur auch in dem Menü so und nicht im Spiel selber. Also, hoffentlich stört euch das dann nicht. Ready. So, war klar. Frostman, dann wird's wohl ein Ice-Map sein. Und, äh, Pinguine, Pinguine, Pinguine. Äh, was ist das? Ich hab mir das gedacht, dass da irgendwie sowas kommt. Wenn er sich schon so hinlegt. Ah, weg. Auch weg. Boah. Wie nervig. Du, geh kaputt. Ja. Egal, ich lauf jetzt weiter. Lass mich von dem Scheißding nicht... Hier... Weiß nicht. Nervt. Einfach. Ende. Ich bin so verwirrt durch das Ding, dass ich nicht mal ein Wort rauskriege. Oh, Fledermäuse, Dinger oder was ihr seid, geht kaputt. Alle tot. Und jetzt, äh, Snowboard fahren. Cool, Snowboard fahren. Woosh, ich will rückwärts fahren. Bock. Kann ich auch springen? Ja, kann ich. Gut. Äh, Pinguine, 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 Pinguine. Weg, 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 weg. Jump. Jump. Okay. Wow, ich kann sogar über die Pinguine rüberspringen. Cool. Slide. Slide? Wieso klappt der Slide jetzt nicht? Ah. Na, toll. Da sind Jump, Jump. Hm, ist okay, reicht wohl. Aber, ne, Slideen nutzt man natürlich auch noch. Das Spiel ist ja auch nicht schwer. So, hier kamen diese Pinguine an. Geht alle kaputt. Ja, ich jumpe. Und der wird wieder Bomben. Jump, jump. So, Slide. Richtig. Wow, Bomben, Bomben, Bomben. Weg, 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 weg. Noch mehr Bomben. Mööö. Die haben es auch heute auf mich abgesehen. Oh, geilen Schneehase. Jump. Slide. Jump. Oh, jetzt geht es schneller. Oh, nein. Oh, Gott. Balken. Ja, noch mehr Balken, noch mehr Balken, weg, weg, weg. Wow. Oh, und jetzt mit Stacheln. Und noch mehr Schneehasen. Aber du musst leider auch gehen, obwohl ich dich irgendwie mag. Bam, 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 bam. Oh, ich habe einen Extra-Live bekommen. Jump. 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 Oh. Jetzt reicht es aber auch mal, ey. Oh, ey. Jump. Jump. Oh, Gott. Ey, das war mehr Glück als verstanden. Oh. Jetzt durch den Schneemauer. Oh, bum, 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 bum. Ratsch. Oh. Boah. Boah. Das war heftig. Aber richtig. Und ein Safe-Point. Ja. Gut. Ready. Ready. Ey, ich will nie wieder Snowboard fahren. Nochmal Pinguine. Weg. 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 Äh, war das gerade ein... Eisblock. Oh, weg. Und Riesenwale, die Eisblöcke auf mich runterwerfen. Yo. Na klar. Noch mehr Pinguine. So, hier, schnell weg. Äh, nein. Äh. So, jetzt schnell weg. So, dort, so. Dort, dort, dort. Hau ab. Finde ich immer schön. 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 Nein. So. Kann ich das auch irgendwie nicht drücken? Ja, kann. Cool. Bring mir aber nicht viel anscheinend. Sterb, Pinguine. Äh, ich will hier weg. Oh, nein. Äh, hoch. Ey, wo haben die die ganzen Wale her? Weg. 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 Ich mag die Pinguine nicht. So. Geh ich mal nach oben? Uah, weg. Ich mag gar nichts in diesem Spiel, was mich angreifen will. Außer die gehen wohl noch. Außer wenn sie in Tausenden von Scharen kommen. Wenn die wieder irgendwo rausgeworfen werden. Oh, ja. Farbwolken. Lila. Farbwolken. Okay. Die sollen wohl meine Sicht beeinträchtigen? Aber bringt gar nichts. Und noch ein Fahrstuhl. Ja, jetzt kommen wieder meine Fledermäuse. Gegen die habe ich nichts. Die tun mir irgendwie nicht viel. Die stehen einfach nur im Weg. Deswegen müssen sie weg. So, du noch, du noch. Ah, du willst auch noch. So, und. Alle weg. Oh, nein. Nochmal. Snowboard fahren. Oh, ha. Ey, hoffentlich ist das das letzte Mal. Und nicht so schwer. Jump. Jump. Slide. Jump. Hä? Ich bin doch... Mann, no. Das war unfair. So, nochmal. Das war jetzt echt mies. Weg. Jetzt war eigentlich mein Antrieb kaputt, aber egal. Ach ja, jumpen. Ja, jumpen. Oh. Ich slide immer zu früh. Wow. Und da wäre schon wieder die Schneemauer gewesen. Das hätte sein können. Das hätte der Sieg sein können. Nein, natürlich nicht. Ich stimme mich, glaube ich, heute einfach nur dumm an. So. Bomben. Will ich nicht haben. Okay. Ja, nein. Äh, wieso slidet er denn nicht? Ich mach genau das, was der will, aber nö. Ich will nicht sliden. Und ich muss bei den Pinguinen anfangen. Na, klasse. Hm. Das ist toll. Den ganzen Weg nochmal. So, das mach ich jetzt aber schnell. Ich hab nämlich keinen Bock, so lange zu wahren hier. Ja. Scheiß. Luft. Wahlschiff. Das ist ein ekliges Wort. Weg, 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 weg. Power up. Haben. Warten. So. Hui, das war auch knapp. Bom. Und ihr kaputt. Alle drei. So, jetzt kam wieder diese doofen Stelle, oder? Na, glaub ich ja. Jede Stelle hier ist doof. Hm. Ich renn mir ein Dösig, ey. So, jetzt kam das mit. Ah ja, hochklettern, dann kommen die Fahrbomben wieder und der Fahrstuhl. So. 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 So schwer ist das ja jetzt gar nicht. Bis zu den scheiß Snowboardstellen. Das kann ich gar nicht. Der Rest ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Obwohl die Pinguine jetzt echt genervt haben. Fahrstuhl. Da tötte ich jetzt auch nicht jeden, da will ich einfach nur durch. Wenn das Ding anhält, bin ich sofort weg. Damit ich vielleicht noch im Endgiener in dieses Video reinbekomme. So, lauf. Jede Sekunde zählt. So, los. Erst erstes war Jump, dann war Slide. Nee, erst kommt Bomben, dann kommt Jump, dann kommt. Nochmal Jump, glaube ich, ist ganz leid. Nein, doch nicht. Jetzt Jump. Oh, nochmal. Boah. Ja. Gott, war das genau. Ja, geschafft. Boah, geil. Boah. Wuuu. Wie geil. Wie geil. Ist das jetzt das Ende vom Level? Bitte, sag mir. Ja, es ist das Ende vom Level. Jetzt nur noch Frostmen besiegen. Jetzt gehe ich mal auf den lila Modus über. Mit unseren Mega Balls. Oh, Mann. Sag nicht, die Dinger fallen runter. Yo. Jetzt haut erstmal alles. Yo. Ich spreche Deutsch bis mir. Weg. Weg. Bamm. Man kann den Angriffen irgendwie scheiße ausweichen. Weg. Weg. Ah, nein. Weg. 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 Und er springt da drauf. Boah, weg. Ich mag dich nicht, Frostman. Gar nicht mag ich dich. Und ich bin fast tot. Ah, das geht über die ganze Fläche. Wie soll ich denn das machen? Ich habe ja noch ein paar Leben. Und ich glaube, ich mache das so, weil ich keinen Bock auf diese scheiß Froststelle da. Ja, mit den scheiß Snowboards. Dass ich hier einen Safe State setze. Weil das erspart einfach viel Zeit. So. Ich habe das early, ich bin fast für nichts. Danx